Kamerbanger! Hallo! Herzlich Willkommen zu TTT! Alter, da sind so viele Früchte hier! Herzlich Willkommen meine Damen und Herren, wie geht's euch? Alles gut bei euch? Seid ihr frisch in den Staat getarrt? Ihr habt das Gefühl, ich bin heute ein freches Früchtchen. Ich bin ein freches Früchtchen. Früchtchen, yeah. Die alle sind freche Früchtchen, yeah. Ihr könnt Referenzen machen oder zitieren, aber nicht so. Ja, komm. Na, du hältst jetzt erstmal den Mund. Au! Du schließt auf mich, aber nein. Das funktioniert nicht. Mach mal am Himmel. Bye, bye. Hi, Cornel. Aua! Das war Cornel, das war Cornel. Hä, warum bist du in der Luft? Früchtchen ist gestorben. Hä? He? Er hat diesen Enterhaken Cornel. Nice. Ich konnte entkommen durch den Enterhaken und im Zug. Ja Johnny, dann lag's bei dir aus den anderen Jahren gesehen. Gibt es hier auch irgendwo ne Treppe? Klar, ich geh davon aus, dass du... Ne, ich hab Cornel getötet, ne. Ja, da hinten ist eine Treppe. Du kannst einfach gerade ausgehen, Sir. Ich bin da gerade die ganze Zeit lang gelatscht. Nein, da wo wir herkommen. Ach so, da wo wir herkommen. Ich bin mal weg von dir. Hier, ach hier. Wo wirst du denn hin? Ach, du wirst nach oben. Okay, wir sind mal nach oben, ja. Wo ist eigentlich Moggi? Oh fuck, die hat keine Muni mehr. Moggi? Puli? Ach, das war's. Reki? Hä? Wer ist noch hier? Ach, du glitschst die ganze Zeit durch die Wand durch. Der Zug ist ja auch... Oh, Mann. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Okay. Maeve. Oh mein Gott, was war das denn? Ist da jemand ausgerastet? Oh fuck! Oh mein Gott! Ich hasse den Grappling-Hook. Wow. Ey, du bist in der Fall noch nie benutzt. Ich darf von dir nicht den Mund verbieten. Wenn ihr Sponshub zitiert, dann macht's vernünftig. Mir egal, ob du mich dafür umbringst. Das war mir doch sehr wichtig, es anzumerken. Das sind noch sehr wert. Ich wollte den Traitor rum und kam nicht rein, weil ich nicht geflogen habe. Ey, ich konnte Jonny nicht töten, weil der in der Wand geglitscht ist. Warum? Nice. Ich hab auf dich geschossen, aber du... In die Fresse begrüßt. Ja, ich dachte mir, das passt, ne? Ja. Hang, voll in die Fresse. Wie du mir so... Hang, voll in die Fresse. Ja, das hat er wirklich... Ich meinte so... Hi, Cornel. Bam. Ich hab ihn nicht mal gesehen. Ich war nur auf einmal tot und er selber meine Leiche traf. Wer war denn eigentlich der letzte Traitor? Ich. Achso. Und ich hab... Ja. Das war doch... Wenn du noch da warst, ey. Ich hab doch sogar gesagt, dass ich Clay töte. Sozusagen. Das Ding ist doch... Ja, ich wollte dann ja auch... Ich wollte nur sicher gehen, dass es auch wirklich so war. Ja, aber stell mal vor. Maeve und Clay haben auch gelebt. Du respawnst. Ohohoho. Ich wusste, dass du auf Maeve lebt. Maeve. Ich hätte etwa Fragen. Rikki. Rikki, ich hab ja auf Maeve verdächtigt. Ich wollte bloß sicher gehen, dass es auch wirklich am Ende so war. Ich hab ne Schaufel. Aua, ich werd schon... Ich hab ne Wassermelone. Oh. Komm rüber, wir kämpfen. Wassermelone Schaufel. Komm, bock in den Kaffee. Was war das? Pass auf, Sonny. Pass auf. Ey, der Lord ist so weggeflogen. Ich bin mit dem Feuer, oder? Hab ich die Scheiße gesehen? Es war nice, Alter. Nein, nein, nein. Oh, Entschuldigung. Ich dachte, du hast einen Baseball-Spieger. Ich dachte... Ich dachte, du hast... Ich dachte, du hast einen Baseball-Spieger. Leute? Rikki ist tot? Ja. Was hast du gesagt? Ich hab dich nicht ganz verstanden. Ey, ich hab gesagt, Rikki ist tot. Okay, Corden, weißt du was? Wir gehen ein bisschen zurück. Wir gehen ein bisschen zurück da vorn. Kann man von hier unten aus... Kann man von hier aus nach oben kommen? Ich glaub schon... Ich wollte gerne... Ah, schlecht. Ich mein, das ist schlecht. Was ist hier mit dir, Joddy? Nein, nein. Okay, cool. Das heißt, wenn man... Er schafft einfach zu gehen, ist sicher. Und sagt zu Fully, du bist so schlecht. Du bist einfach von mir gefallen. Hä? Hier kann man die Hupe betätigen. Ich hasse den Zug. HALTER, die Hupe! Nö, nö. Ich bin dann aber auch super selbst. Wenn Fully und ich Traitor sind, dann wird das nix. Ich kann mich immer in dem nicht orientieren. Ich hab gerade mal gespawnt. Wenn Fully und ich Traitor sind, wird das nix. Hey, warum spawn ich mal hier? Fuggen Mater. Einmal? Leute, es geht los! Ich bin dabei. 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 Wir suchen Leute. Pass auf, wir müssen jetzt was Neues ausmachen. Die sieben Dragon Balls. Ab jetzt suchen wir nach keinem... Nein, nein, nein. Warum findet ihr das lustig? Was du bist? Weil du bist einfach so dumm war. Ich will gar nicht lachen. Wir suchen nicht nach Treadern, sondern wir suchen nach den Schwarzfahrern. Oh. Okay. Oh. Nur eine Schwarzfahrer. Was bist du eigentlich für ein Rassist? Ich dachte gerade kurz, das wird völlig inkorrekt, was du sagst. Ja, also ich bin... Ja, also ich bin... Du hast die Dragon Balls und jetzt Schwarzfahrer. Was bist du für ein Rassist? Heute das Comedy Gold. Ich glaube, wir sind auf ne Ader gestoßen, Leute. Also ich bin der Zugführer, ne? Hey, Clay. Clay-Bahn Schwarzfahrer. Clay? Er hat kein Ticket dabei. Das hab ich gesehen. Der wollte das von Johnny klauen. Typisch Clay-Bahn. Oh, du hat nie sein Ticket. Mein Schoko... Ich sehe dich, Clay. War das etwa der Sonnezug nach Pankow? Sag was, Clay. Er ist tot. Du hast ihn erschossen. Was ist dann deine Ausrede, Maeve? Maeve ist mir suspect. Hier, das ist die Ausrede. Guck's dir an. Mog, lebst du noch? Alter. Ja, ich lebe noch. Ich bin der Clay-Schlechter. Der Clay-Schlechter? Schlecht hin? Aber Clay redet nicht. Ich glaube, der wurde wiederbelebt. Ja, nee. Und Colin hat gefragt, ob ich Clay getötet habe. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass Colin hier wiederbelebt hat. Und anhand der Tatsache, dass die beiden immer Tractor sind, würde das auch ganz gut ins Bild passen, tatsächlich. Wir sind auf jeden Fall ein gutes Team. Irgendwie habe ich Schwierigkeiten... Oh, hi. Ich habe Schwierigkeiten, mich hier in dem Zug zu orientieren. Ich habe mich von meinen eigenen Giffen verschrocken. Ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Und ich habe Angst, es irgendwie auszuprobieren. Von der anderen Seite. Aber das mache ich nicht. Nee. In die andere Richtung. Achso. Jetzt fällt mir was ein. Wer ist eigentlich Detective? Weiß ich nicht. Riggi? 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 Wo sind die Leiche, Riggi? Rollt ihr über den Boden, und so kann das sein. Ich habe nämlich das Gefühl, dass du nicht am Leben bist. Scheiße, wer lebt denn noch? Für mich geredert. Lass dich nicht davon ablenken, dass das ist, was sie wollen. Oh shit. Fuck. Okay, Cornel war es nicht. Oh. Melk, du Haufen Scheiße. Was denn? Du hast dich gerade umgebracht? Johnny, reclaim! Claim wurde wiederbelebt! Ich habe in der ultimative Clay schlackt. Zweimal in einer Runde! Ich dachte, dass du mal One-Hit gemacht hast. Riggi? Da schaffe ich dich! Verrate im Elf doch noch mehr, wo wir sind. Ich weiß doch gar nicht, wo ihr seid. Ich weiß nur... Ich weiß nur... Wow! Ah, Riggis! Alter! Ja, Riggi! Ja, Riggi! Aber du machst es selber! Ja, Riggi! Ja, wenn du so bist, darfst du auch keine Frage beantworten! Der wusste, dass ich so bin! Ja, egal! Du bist zweimal gestorben, die Runde! Wisst ihr, warum Moggy Fully dich getötet hat? Ja, ich war low HP. Warum? Moggy hat mich direkt getötet. Ich konnte nicht mal reagieren. Wisst ihr, warum Moggy Fully nicht getötet hat? Ja, du hättest dir vielleicht ein Disguster kaufen sollen. Warum? Erzähl mal. Ja, keine Ahnung. Er hatte ein Schokoticket. Ja! Ich will auch ein Schokoticket. Ich seh schon, der Name mit dem Schokoticket, der funktioniert wirklich. Das will man drauf. Riggi? Ja? Ja? Ja, Riggi? Ja, Riggi? Ja, Riggi? Ja, ja. Ja. Ich verarsch, ich hab Riggi gehen. Ich hab nur laut eingeatmet. Wie verarscht du mir leid, dass ich fett bin und viel Luft brauche, okay? Es fängt gerade an zu regnen, es brodelt in mir. Hörst du's, wie sauer ich werde? Ich weiß nicht, du wolltest uns gerade erzählen, dass du ne Hüpfwook bist. Und ich muss sagen, übertreibt man dich. Schiebetüren in den Kabinen haben Türknäufe, so funktioniert das nicht. Knäufe! Ich bin Detective! Wieso funktioniert das, Johnny? Es sind keine Waffen drin. Weil der Knauf würde das aufhalten. Warum hast du auf mich geschossen? Du warst das? Ich weiß nicht. Fuck! Was war das? Was war das? Was passiert? Ich kann das erklären! Ich kann das erklären! Ich kann das erklären! Ja, aber prüfen mal! Oh, fuck! Ich hasse meinen Job! Ich kann den Job nicht machen! Was passiert? Was passiert? Clay, bist du's wirklich nicht? Wenn das... Conno, du bist jetzt allein mit mir. Ne? Und ich hab den Punkt, weil... Oh shit! Ja, weil dann sind's... Dann sind's Johnny und Maeve. Ja, dann lass die an, komm! Ja, die Frage ist nur, wo die sind. Ich? Ey, ich behaupte mal entweder über uns... Hier! Andere Seite, Mail! Äh... Ach, die sind da! Die sind so schlecht! Oh mein Gott! Oh, wow! Das war das! Was war das? Wollte mich gerade verarschen! Weißt du? Auf mich wurde geschossen! Ich sehe Mock! Ich tönte Mock! Dann seh ich, dass du kommst! Ich erschieße dich! Und dann dachte ich mir, okay! Ich hab verkackt! Ich bring mich einfach um! Und da hab ich dich umgebracht! Das Ding ist, ich kam durch die Tür und hab euch gesehen! Hab mich voll erschrocken! Hab auf dich aus Versehen geschossen! Dann dachtest du, Mock hat auf dich geschossen! Das du Mock getötet! Ich so, sorry! Und das war ich! Und das hast du auf mich geschossen! Und du hast mich umgebracht! Und ich war alle Illusionen! Und dann dachte ich mir, okay! Ich hab versucht, auf den, der der Fully steht, zu schießen! Aber es hat nicht geklappt, weil der geschossen hat! Woran hast du mich geschossen? Also ich bin reingekommen durch die Tür! Hab mal gesehen, hab mich erschrocken! Hab auf Fully geschossen! Dadurch hat Fully Mock erschossen! Daraufhin hab ich dann gefragt, was ist denn hier los! Und dann hat Fully mich erschossen! Ich hab nicht zugehört! Kannst du das nochmal erzählen? Dann hab ich selbst was für gegangen! Und zwar hab ich... Ich bin durch die Tür gegangen! Hab mich erschrocken! Hab auf Fully geschossen! Dann hat Fully Mock auf ihn geschossen! Und dann hab er mich reingekommen und gesagt... Alter! Und dann hat Fully mich erschossen! Warte, ich hab jetzt die Bitte auch nicht verstanden! Und zwar! Ich bin durch die Tür gegangen! Und zwar bin ich durch die Tür gegangen! Ich hab mich erschrocken! Dann hab ich auf Fully geschossen! Fully dachte ich aber, dass Mock auf ihn geschossen hätte! Äää... Ich hab Fully getötet, der war traitor! Aber hat er sich denn erschrocken! Warum? Ähm... Ich kann ihn nicht konfirmren, er ist runtergefallen, glaube ich! Glaubens! Clay Isacornel, warum denn? Ja, weil er Traitor ist, weil er Mock getötet hat. Achso. Oh, oh. Nein. Du hast doch gerade ne AWP in der Hand, oder? Hat er nicht? Alter, ich hatte... Oh, scheiße. Er hat ne Kalil in der Hand gehabt. Alter, ne AWP ohne Kalil. Das war aus wie ne AWP. Ja, überprüf ihn mal. Identifizieren mal. Hab ich, jetzt innocent. Wen hast du denn getötet? Hey. Hey, hab ich nicht Fully getötet? Ach ja, den hab ich nicht identifiziert, ja. Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Ich hab einfach nicht auf mich geschaffen. Das läuft so. Du musst reinkommen durch die Tür, du musst dich erschrecken, du musst dich erschrecken, du musst dich erschrocken. Du funktionierst die Tür nicht. Johnny schieß auf mich. Nein. Du hast mich verarscht. Oh, wie krass. Hast du ihn getötet? Ja. Okay, mehr Hilfe ist es, ne? Ich hab ihn getötet. Oh nein, Riki. Warum hast du das getan? Weil ich im Krebsstand arbeite. Nicht mehr. Stimmt, nicht mehr. Ich bin gerade in der vorübergehenden Pause. Ich bin Fully. Ich muss nicht mehr die Stimme füllen. Ah! Das kommt gut! Alter! Du bist gut, Maeve. Teleportierst du nicht einfach hin. Warst du gerade über mir, Maeve? Ne, ich hab beziehungslos. Er steht immer über dir. Er ist einmal über dir drüber gelaufen, ja. Ah, weil ich da nämlich Dritte gehört habe. Ich hab halt aus der Tür rausgeschossen. Ja, du meintest doch. So läuft das nicht. Du musst die Tür aufmachen, dich erschrecken und dann schießen. Das hab ich gemacht. Ja, deswegen hab ich auch so gelacht. Weißt du, du sagst nicht, was er tun soll. Erwachtest du erschossen. Ich mach das. Ich zieh extra nicht auf dich. Du suchst mich geschossen und tötest mich. Aber Riki hat generell eine 1A-Runde hingelegt. Für du wirst was denn Karma ist. Mh, 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 mh. Mh, 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 mh. 7 oder 74. Wie viel Prozent weniger Schaden? Ähm, ich hab jetzt 26 Prozent weniger Schaden. Sehr schön. Ich kann die ganze Sache jetzt verkloppen, Mock. Alter, früher hat wieder erstaunlich wenig Karma. Wie macht er das immer? Lass mich durch! Da wird mich verprüfen! Äh, das hatte ich jetzt aber nur. Er reicht aber nur diese Runde. Sieht denn nicht, dass er mich verprüfen will? Geh da weg! Alter, hier ist ein Klo! Aha, du willst dich also prügeln, alter Mann! Oh Gott! Nein! Nein! Oh mein Gott! Nein! Mock! Wenn er dich immer noch verprügelt! Habt ihr nicht gehört, dass er sie verprügeln will? Ich hab gehört, dass er sich verprügeln will. Das ist ganz gefährlich. Mach mal zu hier. Mock ist gerade von uns gegangen im Sinne, dass er runtergesprungen ist. Ach, hat er ihn fully gemacht und er ist sofort begangen. Richtig. Widerlich. Er ist da runtergefallen, Maeve. Da. Da. Da ist er runtergefallen. Warum hast du ne Pistole, Ricky? Weil ich nichts anders gefunden. Oder? Doch, hab ich. Er ist Traitor. Er ist sowas von Traitor. Warum? Der kill ihn, Maeve. Wo kommt dieses Maschinengewehr plötzlich her? Ich bin mir jetzt sicher genug. Danke. Oh ne Shotgun! Nice hat er es. Kornel, lebst du noch? Ja. Okay. Hier hinten war keiner. Rikki? Ich muss dich töten. Danke. Kann ich? Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Fuck. Ab vor der Runde liegt ja an, vor dem ich der Crobat soll. Ich bin vorhin weggelaufen. Deswegen hab ich auch gesagt, dass er mich verprügeln will. Ich bin vorhin weggelaufen. Wollte springen, um irgendwie zu leben bleiben. Kurz darauf habe ich gesehen, dass ich Traitor wurde. Da bin ich gestorben und dann habe ich gesehen, dass Rikki mein Traitor Kollege war. Und ich dachte immer so, fuck. Aber Maeve, warum hast du mich gar nicht... Ich dachte, dass du Traitor bist. Und das nur, weil ich eine Pistole in der Hand hatte. Ich hab mich wieder verraten. Ja. Es ist wirklich so. Es entspricht halt der Wahrheit. Ich hab effektiv nichts von dieser Runde mitgekriegt. Übrigens hat Maeve mich für diese Taktik noch scharf kritisiert, aber inzwischen... Inzwischen glaub ich dran. Weißt ja, wie die Ziegen spielen. Was? Weil er mich zuerst scharf kritisiert hat. Achso. Wow. 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 Oh shit. Oh shit. Wer ist dafür, Mogi zu schlagen? Well played, Alter. Well played. Seht ihr nicht, dass er mich verprügeln will? Seht ihr nicht, dass er mich verprügeln will? Oh fuck. Aha. Machst du eine Pistole in der Hand, Johnny? Bitte? Machst du das richtig? Einfach machst du eine Galine in der Hand. Habe ich die Schnauze richtig? Ich mach die Galine. Hey komm mit. Hey Fully. Hey Fully. Ich glaub Fully stirbt jetzt. Hey Orange. 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 Oh ja lass dich runterschubsen. Nein. Was? Kannst du dich runterschubsen? Wie hab ich das gemacht? Was soll das denn? Geh weg. Geh deine Melone gegen meine Melone. Warte mal. Ist das ein Crowbar Club? Los. Alter der Crowbar Fight Club. Alter der Crowbar Fight Club. Einer zieht jetzt gleich den Baseball Schläger. Dann haben wir Stress. Da oben ist noch ein Dach. Woa. Da vorne ist es. Okay gut. Wer bist du? Ach das ist Detective. Cornel. Was ist passiert? Haben wir deinen Segen. Ja Fight. Nein. Warum war es grad so laut? Das gefällt mir nicht. Nein. Alter dieses Kiff. Hey. Hör auf. Du warst doch nicht mit. Was ist hier los? Was ist hier passiert? Was ist hier los? Ich hab das Battle Royale gewonnen. Tötet euch gegenseitig. Go. Go. Tern. Das Duell zählt nicht. Da wurde unfair eingegriffen. Hat mich jemand eingegriffen? Du sagst Fuli einfach Johnny is is und tötet mich. Ja weil ihr die letzten beiden wart. Ja. 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 Es hat keiner mehr gelebt. Deswegen stehe ich da. Weil ihr beide vor mir. Ja. Ich wusste halt nicht auf wen ich schießen soll. Auf wen soll ich schießen? Sie sehen sich so in. Ja. Ne ich hab mich schon gewundert warum ihr euch nicht gegenseitig macht. Kann sie nicht auseinander halten? Au. Wer ist der echte Sonic? Naja. Was sag ich gerade? Ne es war nicht letzte Runde. Ne. Ah ok. Ich mags wenn man Tab drückt und dann guckt beim Score. Gibt doch ne geile Runde im Express. Gibt doch ne gute Punkte und dann sieht man einen ganz unten. Minus drei. Minus drei. Minus drei Punkte. Läuft bei mir. Immer weiter gehen. Weiter gehen, weiter gehen. Hot hot hot. Immer weiter. Nicht trödeln. Sir. Sie versperren hier den ganzen Weg. Hallo nicht trödeln jetzt. Oh jetzt. Oh Detective. Detective Flash. Ich möchte übrigens mal ganz kurz erwähnen. Ja weil ihr immer gesagt wird ich bin eine Million Mal Traitor. Ich bin glaube ich schon die letzten zwölf Runden kein Traitor gewesen. Gönn euch. Ok. Ich gönn mir meine. Alles klar. Danke vorne. Was? Ne weil mir das ja mal vorgebracht wird. Was? Oh fuck. Was passiert hier? Alter. Das ist so effektiv. Das kannst du interpretieren wie du möchtest aber sag ich nicht zu. Wow wow. Also ich bin innocent aber. Nein stopp. Das war jetzt nicht darauf bezogen was diese Runde. Was ist jetzt hier? Moggi 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 was schließen wir da raus? Was ist gerade passiert? Moggi war keiner. Ich weiß es nicht so ganz. Ich weiß doch immer noch nicht wie die Deagle funktionieren. Damit schießt man gegen Menschen. Oh das schließe ich dran. Du bleibst da. Was ist dein Problem? Ich will sich relativ verdächtig wie explizit Colin erwähnt hat. Dass er schon seit ein paar Runden kein Traitor mehr war. Oh. 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 Was ist passiert? Alter, der Anfang ist außer du und die Traitor. Irgendwie ist der Anfang eskaliert. Wie hast du dich selbst umgebracht? Was ist da passiert? Ich hatte die Golden Eagle aber auf Clay geschossen. Hey, ich hab jemanden gefunden! Hi! Lalalala. Wir haben alle über eine Rauchgranate geworfen und die sind alle in den Raum geblieben. Ich dachte mir, ja gut, wirfst du den Holy Hand Renate rein und war hier umgebracht. Und dann melfst du, du kommst hier nicht rein, dann geb ich ihn einfach rennt schon. So Freunde, das ist aber jetzt die letzte Runde. Willst du fast sagen, die lila letzte Musebiene? Die lila letzte Musebiene. Was? Der lila Launebär hat keine Reimdung mehr. Komm Frutti, komm Frutti, wenn du dich traust. Aua. Da dran, komm Carl, wenn du dich traust. Er schlägt mich. Du mich auch, Maeve. Nein. Mit Sonnenbrille. Gelogen. Ich hab noch keine Waffe. Doch, ich hab eine Waffe. M16. Fick mein Leben, Alter. Hey! Morg, mein Freund! Komm her! Hey, my friend! Do you need sunglasses? Beautiful sunglasses? Oh, you want to watch? Was macht ihr da? Get on, bitch! Yes! Was? Das war voll gut. Nein, das gefällt mir nicht. Rob ist da. Rauch. Das hier ist Crowbar-Fight-Clap-Gebiet. Nein! Nein, 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 nein! Alter, sowas von Crowbar-Fight-Clap. Verdammt. Ich will den Crowbar-Fight-Clap. Nein! Ich hab ne Crowbar! Oh, shit! Alter, hab ich fast von uns gesprungen. Alter, der Crowbar-Fight-Clap! Hey, Joost, was macht ihr hier? Hey. Oh. Wow, Jody, was so... Wow. Was zum Fick? Fully war innocent? Hä? Okay, also nehmen wir jetzt noch zwei Traitor, ja? Ja. Crowbar-Fight-Clap. Schön, dass ihr euch einig seid. Puh. Ich hab doch keine Ahnung. Oh, ne? Willst du uns ne Mikrowelle aufstellen? Ja. Das wissen wir. Das wissen wir. Ja. Das wissen wir. Das wissen wir. Ja, würd ich machen. Das ist nett von dir. Oh, die Frau ne Neue. Wo treffen wir uns? In der Lok? In der Lok? Ja, komm mal ran hier auf den Meter. Wo bist du? In der Lok? Verdammt. Er ist bei mir! Warte ganz kurz. Äh, ne. Hey, du hattest doch volles Leben! Ja! Ich hab von hier oben geschafft! Du hast mich gerettet! Wow! Hey, Maeve hat mich schon mega lang gemacht. Geil Mikrowellenpizza wär schon geil jetzt. Wir können uns ja jetzt machen, denn der Part ist vorbei! Maeve, komm mal kurz her! Maeve? Ich hab im Grob auf Fight Club gewonnen, dass es alles ums geht. Er ist einfach verpufft! Oh nein, da liegt er! Tschüss, Shirley! Tschüss, Shirley! Tschüss, Shirley! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss! Tschüss!